Der Galerie Grafiken hinzufügen Um der Galerie Grafiken aus einem Dokument hinzuzufügen, wählen Sie das Galerie-Thema, dem Sie die Grafik hinzufügen möchten, klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf die Grafik im Dokument, klicken Sie nochmals mit der linken Maustaste auf die Grafik, aber dieses Mal halten Sie die Maustaste mehr als zwei Sekunden lang gedrückt, dies kopiert die Grafik in den internen Speicher, ziehen Sie die Grafik aus dem Dokument in das Galerie-Thema, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, unter dem Mauszeiger erscheint dabei im Galerie-Fenster ein kleines Plus, nach dem Loslassen der Maustaste ist die Grafik in der Themenliste, Grafiken aus der Galerie löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Grafikdatei oder auf das Miniaturbild in der Galerie. Es erscheint ein Menü, dort klicken Sie auf Löschen. Tschau und viel Glück! 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 Vielen Dank.